Wie laut sollte man rezitieren, wenn man im Gemeinschaftsgebet ist? Wie laut? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, es reicht, wenn du die Lippen bewegst. Das muss in jedem Fall sein, ansonsten ist das keine Rezitation. Die anderen sagen, nicht du die Lippen bewegst, dass du dich selber hören kannst. Nicht der Nachbar, du dich selber hören kannst. Und wenn das der Fall ist, dann macht er hier nichts Falsches. Zum Beispiel. Ich höre mich selber, aber mein Partner nebenan hört mich nicht unbedingt. Das ist kein Problem. Aber es gibt Leute, die sind lauter als der Imam. Eigentlich wollte er vorbeten, aber weil es nicht geklappt hat, dann macht er das an einer anderen Position. Möge Allah uns bewahren.